So, willkommen zurück zu Portable Ops, Mettige Solid Portable Ops. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, ähm, was das hier genau soll. Also, in der Theorie habe ich das ja verstanden, aber ich weiß nicht genau, wie ich jetzt ja hier einzelnen Typen hinschicken soll. Also, irgendwie ist ja letztens auch was passiert. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie ist es ja auch nicht richtig. Naja. Grenier. Äh, ich gehe mal ins Versorgungsteppow, warum nicht? Achso, vielleicht, achso, warte mal. Äh, nein. Dann mache ich mal kurz. Zack. Verwaltung. Verschieben. Nachspionageeinheit. Scheiße, hab ich vielleicht das hier gedrückt. Äh, zack. Zack. Ach, ich seh... Ach, hier sind die Gebiete aufgesch... Ah, die Gebiete sind hier markiert. Hier, Gefängnis, Versorgungsdepot. Ah, ich hab's verstanden. Okay. Versorgungsdepot. Und der auch ins... Jetzt hab ich's verstanden. Okay, das wusste ich nicht, dass es hier einfach so steht. Boah, dann macht der voll Sinn, ey. Also, macht wirklich Sinn. So, gut. Dann haben wir's ja. Äh, offen. Oh, schön. Gut, dann gucken wir mal. Dann werden wir die jetzt mal da hinschicken. Ne, während ich jetzt mal... Ich hab ne Idee, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt ins Hospital gehen. Bla, 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 bla. Ich hab jetzt sogar zwei Einheiten im Versorgungsdepot. So geil bin ich sogar. Ich werd's mal versuchen, so einen Arzt hier zu rekrutieren. Das ist mein Ziel heute. Ähm, achso, ich bin im Hospital, ne? Haha. Ja doch, hier dürften aber auch welche sein. Ist ja egal. Oh, moin. Ist ja egal. Schwupp. Oh. Hauptsache. Was ist passiert? Ja. Geht das nicht? Kann ich die nicht mitnehmen, irgendwie? Warte mal. Muss ich jetzt mal ausprobieren, gerade? Na, was machst du da, Alter? Snake. Erstmal hilflose Frauen jagen. Das passt ja zu mir. Hm. Alter, erstmal die Bubi scrim. Na, wenn das klappt, ey. Ah, da war's nämlich schon einer. Patron, wir haben die Gegend verliebt. Kommt mit Alert-Formation. Acknowledged. Der Gegend ist noch nahe. Hm, hm. Deine Mutter, ey. Oh, ja, bluh, 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 bluh. Als ob, Alter. Der Gegend ist hier. Was ist denn? Deine Circuit ist tot. Gib mir einen Status-Report. Snake. Snake. Okay. es ist halt ein bisschen doof hier alles ich hätte gerne so eine ordnung ich weiß nicht ob das funktioniert aber eine ärztin ist ja bestimmt ganz sinnvoll würde ich mal behaupten nur eine wilde theorie ich einfach mal so mehr nichts der nichts aufstelle ich mag die kamera hier nicht so weil die sowieso nah dran ist man kann ja auch nicht umstellen wie bei medica solid 3 kommt man ja quasi ein dings draus machen dann mal lieber weg mit dir wenn hier jetzt jemand ist dann bin ich gefickt aber ich kenne mein glück das problem ist muss er echt einmal da ist vorbeikommen ja gg die äh bestimmt funktioniert es gleich nicht wenn ich wieder hinbringe aber ich will jetzt mal ausprobieren wo mein mikrofon spack gerade total absehe ich gerade fängt jetzt total an zu brummen ich verstehe irgendwie meine lebensanzeige dann nicht die rechte kriegt dadurch irgendwie mehr abgezogen oder weil das ist ja nicht meine lebensanzeige irgendwas anderes eine ausdauer wahrscheinlich ich kann ja wahrscheinlich nicht ewig leute wegtragen stand ja auch mal im gespräch ne wo war ja das kann ja ein spaß werden das habe ich auch keinen kollegen dabei sehr geil den weiten weg muss ich jetzt noch schaffen das macht spaß ja was mit meinem mikrofon los fast brummen scheinbar das ist jetzt eine audiospur ist aber so richtig dick ist dicke wuchs wieder ist wenn ich nicht rede dies bedeutet das ist brummeln oder pfeifen oder piepen oder explosion explosion ein bisschen größer glaube ich soll mal gucken ob das funktioniert aha ja schon mal anfangen gefangennahme komplett das ist doch wunderbar gut wenn ich jetzt abbrechen drücke was passierten dann komme ich dann weg ich will eine sechseckige reifen auch komme ich denn dann ein fahrt das muss ich jetzt aber leider okay ich hoffe das bleibt gespeichert ich hoffe es wirklich ich bin natürlich munitionen besorgt für die bla 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 okay das war schon mal gut ein neuer bericht der spieler sein ist eingetroffen ah das klingt gut wie es aussieht haben wir bereits einen aufklügungsbericht von der spieler einheit bekommen die wir gerade erst losgeschickt haben sie scheinen zu wissen was sie zu tun haben du kannst die information lesen wenn du im eindeutigen bericht auswählst ich geh dorthin und wirf mal einen blick drauf okay aber erstmal werde ich jetzt mal ganz kurz gucken wenn ich jetzt mal in verwaltung gehe jawohl fand dann name bericht hier gucken wir mal versorgungsdepot karten beschlagnahme und wo kommt alles in caps lockt das kann keiner lesen quellen teuten darauf hin dass sich eine karte mit genauen lieferrouten in dem versorgungsdepot befindet das warenlager befindet sich hinter einem großen gebäude die aufklärung nimmt an dass die karte jederzeit geholt werden kann okay also wir ans versorgungsdepot diese bericht zur folge gibt es eine karte im versorgungsdepot die den weg zum hafen zeigt sie zeigt wie man die aufgelade ausgeladen fracht vom hafen zum versorgungsdepot schafft das bedeutet dass wir damit einen der hafen finden können was machen wir als nächstes snake also was denkst du wir brechen auf zum versorgungsdepot verstanden cool mission hier richtig cool hier versorgungsdepot die bericht zur folge hauptsächlich zum lagern der ausgeladen waren vom hafen benutzt das bedeutet dass es irgendwann eine karte geben muss die den weg von hafen zum versorgungsdepot zeigt wenn wir diesen weg in die entgegengesetzte richtung folgen dann sollten wir zum hafen kommen finde diese karte sie wird uns informieren wie wir zum hafen kommen ja 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 viel text viel wiederholung naja was soll's hey mein brummen oder pfippen oder was auch immer leiser die wahrscheinlichkeit ist groß dass in dem versorgungsdepot eine karte gibt dass es in dem versorgungsdepot eine karte gibt die den weg zum hafen zeigt durchsuche die anlage sorge dafür dass du nicht vom feind gesehen wirst und finde diese karte viel glück danke so was passiert ist mit meiner ausdauer ähm blub blub äh egal dann müssen wir deshalb mal mit piepen leben warum auch nicht man kann es doch bestimmt dann irgendwie h gräaur im haupt menü und so irgendwie heilen und so ne kacke das war jetzt gewagt Och, Mann. Oh, ja, ey. Okay, ich bin jetzt in den Runa gefallen. Nehme ich auch gerne hin. So war das aber nicht geplant. Guck mal kurz. Oh, ja, GG, ey. Ja, komm, töte mich. Das geht schneller. Töte mich. Boah, jetzt haben wir mal ein Stube. Ja, meine Leitung ist tot. Das ist okay. Das ist halt immer ein bisschen kacke. Das funktioniert eben nicht richtig mit dem von hinten anschleichen wieder. Obwohl, ich sollte ja immer mal Dreieck drücken. Bla, 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 bla. Warum versuche ich es eigentlich noch mal? So. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, das reicht aus. Nicht, dass er nur, Höhö, mach. Danke. So. Schauen wir mal. Ach, hier kam ich auch eben. Quasi wieder hoch. Okay, das ist... Aha. Okay, das kann ich irgendwie die Luft sprengen hier. Das habe ich wohl verstanden. Ja, bäbäb. Ist auch interessant, ne? Meine Einheiten waren hier, haben gesagt, oh, irgendwo gibt es hier eine Karte, aber nimm sie bloß selber nicht. Ja, deine Mutter, ey. Dass ich auch von allem und jedem gesehen werde, hier, ey. Ja, schlimm, ey. Ich verfalle wieder in alte Muster. Oh mein Gott. Was war das denn? Da unten kam auch so Bezeigen, jawohl. Ist er gerade verarscht? Oh mein Gott. Ey. So ein Blödsinn-Spieler. Ich weiß nicht, was den Scheiß ich jetzt wieder gesehen werde, ey. Heilige Scheiße. What should I do, ey? Kann man auf die Karte gucken, wo ich überhaupt hin muss. Oh mein Gott, ganz in die Ecke. Ja, tüte mich. Ich glaube, es ist besser für uns alle gerade. Schneller. Gott. Ey, das ist gerade so ein bisschen nervig hier wieder, ne? Ja, labern wir mit der selben Scheiße dreimal voll. Du, 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 du. So, zack, zack. Rüberziehen, 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 töten. Daneben. Töten. Egal. Einfach rein stürmen. So funktioniert das hier. Ach, guck mal. Hier ist doch schon, was ich brauche. Mission erledigt. Und jetzt verschwinde von dort. Okay, ich wollte eigentlich mal was überprüfen gerade. Hm. Nicht mal zurücklaufen muss ich. Spione haben zusätzliche Munition besorgt für die AK-47. Ja, schön, dass ich die nicht habe. Diese Karte, die du gefunden hast, verrät uns viele Informationen über diese Halbinsel. Wir wissen jetzt, wo sich die Stadt, die Eisenbahnbrücke, die sowjetische Sicherheitsstation und der Hafen befindet. Und genau wie wir gedacht haben, zeigt diese Karte die genauen Wege von uns zum Versorgungsdepot. Hm. Ich schätze, das war eine ganz Nerger wert. Das würde ich sagen. Alles, was wir jetzt zu tun haben, ist direkt zum Hafen zu gehen. Zumindest wünschte ich, dass es so einfach wäre. Warum? Was ist das Problem? Um zum Hafen zu bleiben, müssen wir über die Eisenbahnbrücke. Aber die Brücke ist gesperrt und hat eine Wachmannschaft. Woher weißt du das? Eine Hand an der Karte zeigt den Wachplan der Soldaten, des Fachpostens. Wachposten, hm? Das bedeutet Ärger. Können wir die Brücke irgendwie umgehen? Wie du auf der Karte sehen kannst, ist die Ostseite der Halbinsel von der Westseite durch einen Fluss getrennt. Achso, ja. Wenn wir mit dem Truck zum Hafen wollen, dann ist die einzige Möglichkeit die Eisenbahnbrücke. Wir sind also nicht vom Hafen abgeschnitten, sondern von der gesamten Ostseite der Insel. Gibt es eine Möglichkeit, wieder Brücke durchzubrechen? Ich kann es doch nicht mit Sicherheit sagen, ohne dass die Gegend vorher erkundet wurde. Aber ich würde wetten, dass die Brücke schwer bewacht wird. Uns einfach durchzukämpfen ist wahrscheinlich unmöglich. Verdammt! Auf jeden Fall sollten wir erstmal damit anfangen, die Lage an den Brückenkosten... Ah, bei den Brückenkosten zu erkunden. Dann können wir darüber reden, wie wir darüber kommen. Okay, ein neuer Bericht des Spionatorn ist eingetroffen. Cool. Der hat Gefangenen erfolgreich überzeugt. Kara hat bis seiner Truhe beigetreten. Geil! Okay. Das ist so viel, was man dann irgendwie bekommt, ne? Pass mal auf, machen wir... Wir haben doch hier... Warte mal. Hier, Spionatorn ist... Medizinische Einheit. Da passt er doch perfekt rein. So. Hier sind doch so coole Ohren, ne? Oder so eine Schalldinger. Das ist ja witzig. Naja, gut. Äh, dann Bericht bitte. Erledigt. Ah, das geht ja auch. Das sind quasi auch so Missionen, die man machen kann. Bisschen. Versorgungsdepot. Skorpion gefunden. Skorpion gefunden, Alter. Äh... Quellen weisen darauf hin, dass eine Skorpion... Eine Skorpion! Innerhalb des Versorgungsdepots gelagert wird. Wir nehmen an, dass sie jederzeit gut werden kann. Achso, eine Skorpion. Eine Waffe wahrscheinlich. Ah, ich bin doof. Okay. Cool. Danke für den Tipp. Was ist denn überhaupt Status hier? Im Dienst. Wir ziehen jetzt das Level 9, weil ich einen habe. Geil. Im Dienst. 4 Gefangene 0. Okay. Na denn? Steckt auch wieder keiner durch? Rekrutieren. Da ist wahrscheinlich... Ja, wie gesagt, online so eine Scheiße wahrscheinlich. Na denn? Ähm, was wollte ich machen? Achso. Ah, ich würde beinahe sagen, ich werde immer die Folge benden. Also wir haben jetzt zwar eine Minute weniger, aber das passt schon, wenn wir am nächsten Part hier mit dem, ähm... Können wir gucken, was hier alles jetzt gibt. Ähm... B-b-b-b-b-b. Aber was haben wir denn jetzt alles? Das Gefängnis. Da waren wir einfach Kommunikationsbasis. Da haben wir Dings wieder getroffen. Versorgungsdepot waren wir eben. So werde ich da wach posten. So werde ich da wach posten. Weiß ich gar nicht mehr genau. War der wach posten, wo eben diese Katzen und so kamen? Ne, oder? Jetzt war das Forschungslabor. Boah, richtig? Ja. Hm, gut, dann waren wir beim Wach posten auch noch nie. Hospital waren wir eben gerade. Forschungslabor. Jetzt haben wir noch Stadt-Eisenbahnbrücke. Achso, die Stadt ist quasi davor. Aha, cool. Gut, äh, dann würde ich sagen, ich beende diese Folge. Auf jeden Fall cool, dass wir noch ein bisschen was geschafft haben. Hier, ne? Neuen Typen rekrutiert. Story weiter vorangebracht. Passte alles. Den gehe ich jetzt mal wieder über das Dingenskirchen hier speichern. Und sage mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich glaube, es hat gefallen. Und, äh, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge vor. Und Metal Gear Solid Portable Ops wieder, wenn es in die Stadt geht. Und von der Haustart-Eisenbahnbrücke. Bis denne. Ciao.